Hallo und herzlich willkommen hier auf The Big Greek, eurem Kanal zur gepflegten Vermittlung königlichen Wissens. Vom 5. bis 19. Oktober findet die amerikanische Meisterschaft statt, sowohl bei den Herren als auch bei den Damen. 262.000 Dollar ist der Preisfonds bei den Herren stattlich. 60.000 Dollar warten auf die ersten Spieler. Es sind insgesamt 14 Großmeister am Start, also ein langes Turnier, 13 Runden. Die Favoriten sind die Bekannten Namen Wesley So, Fabiano Caruana oder Levon Aronian. Das sind die nominellen Favoriten. Natürlich schaut die ganze Welt auf Hans Niemann. Was macht der junge Amerikaner, der 19-jährige Amerikaner, der im Moment in aller Munde ist, der Skandal, zieht weite Kreise um ihn. In der ersten Runde spielte er gegen Christopher Wurgin-Joe und wir schauen uns diese Partie an. Er hatte schwarz. Ich werde natürlich das Turnier intensiv verfolgen. Ich habe auch gestern schon bei der Live-Übertragung reingeschaut in der ersten Runde und da werde ich auch einige Anmerkungen machen während der Partie. Die Sicherheitsvorkehrungen sind enorm bei dem Turnier. Es gibt eine Verzögerung der Partien von 30 Minuten, das ist sehr viel. In der Vergangenheit kannte ich immer Turniere, wo es mal so 15 Minuten war, aber 30 Minuten, die wollen richtig auf Nummer sicher gehen. Dann sind keine Zuschauer erlaubt in St. Louis. Die sind im Prinzip unter sich, die ganzen Spieler und Schiedsrichter und ein paar Medienvertreter nur, sind dort erlaubt. Und es gibt natürlich Detektoren, mit denen man jeden Versuch elektronischen Betrugs präventiv vermeiden möchte. Dementsprechend denke ich, also bei dem Turnier zu betrügen, kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Also ich kenne jetzt keine Technik, mit der man dort betrügen könnte. Vor allen Dingen ohne Hilfe von außen. Na gut, das ist alles nur enotheoretischer Natur und sowieso wird darüber geredet jetzt, weil es den Skandal gibt. Früher hat man eigentlich im Prinzip nie darüber geredet, aber das ist natürlich jetzt in den Fokus gerückt. Diese ganzen Theorien. So, jetzt gucken wir uns die Partie an. Wojinjo, der jüngste Teilnehmer im Feld, 15 Jahre. Riesentalent. Aber natürlich fehlt mir, das merkt man auch generell auch beim Onlinespielen. Der war ja bei der Meltwater Chess Tour dabei. Ist mir so ein bisschen aufgefallen, seine Spielweise, auf die ich auch in dieser Partie zu sprechen komme. So, es beginnt hier mit D4. Springer F6. Springer C3. Springer C3 natürlich völlig untheoretisch. Das ist so eine Art. Veresoft, Jobava London, wie man das auch immer nennen will, wenn noch jetzt Läufer F4 kommt. D5. Ich konnte mit Springer C3 aus Weiße sich noch nie etwas anfangen mit diesem System. Aber gut, es gibt viele Verfechter oder wird immer wieder mal gespielt. Läufer F4. Das Interessante ist, dass niemand einen Chessable Kurs gemacht hat. Ich glaube, ich weiß es nicht genau. Nennt er sich nicht Jobava London oder so? Also ich habe mir den nicht angeschaut oder gekauft. Ich weiß es nicht. Kann natürlich auch so ein bisschen eine Anspielung sein. Dass Joe gesagt hat, du hast einen Kurs darüber gemacht, dann spiele ich das jetzt erstmal mit Weiß gegen dich. Naja. Kurs hinher. Das ist keine Variante, mit der man Großmeister sowieso erschrecken kann. Und vor allen Dingen nicht im klassischen Schach. Läufer F4. E6. Ganz solide. Brachte aber immerhin niemanden dazu. ein bisschen länger nachzudenken. Er verbraucht hier schon sein paar Minütchen hier. Springer B5. Das sieht so ein bisschen aus wie ein Patzerangriff hier auf C7. Ist aber natürlich eine starke Drohung und rechtfertigt so diesen frühen Springerausfall, diese frühe Springerentwicklung vor dem weißen C-Bauern. Schwarz muss natürlich jetzt hier das verhindern. Springer schlicht C7 mit Springer A6. Ist aber auch völlig okay. E3. Läufer E7. Springer F3. Ruchade. Alles normale Züge. Läufer E2. Und jetzt Springer H5 hier. Das scheint hier ein neuer Zug zu sein an dieser Stelle. Greift den Läufer an. Ich finde den Zug aber sehr, sehr logisch. Greift den Läufer an. Meistens wurde hier C6 gespielt an dieser Stelle. C6. Springer C3. Und jetzt C5. Das kam in der Turnierpraxis schon häufig vor. Sieht auch sehr logisch aus. Aber niemand spielt zuerst Springer H5. So, der Läufer geht nach E5. Provoziert hier F6. Eine kleine Schwächung. Und geht zurück nach G3. So, jetzt nehmen wir nicht sofort auf G3 raus, weil der Läufer sowieso nicht wegläuft. Den kann man jederzeit nehmen. Und man wartet immer in der Regel, bis Weiß ruchiert. C6 greift den Springer an. Der muss zurück. Und jetzt C5. Alles nach bekannten Vorbildern. Weiß könnte jetzt hier mit Läufer H4 noch ein bisschen provozieren. Und sagen, okay, du willst den Läufer noch nicht tauschen. Und dann spiel mal G5 oder so. Aber Joe spielt hier nach 8 Minuten kurz Ruchade. Das war übrigens das erste Mal, dass er hier etwas länger nachdachte. Und spielt das solide Ruchade. So, und das nutzt jetzt Schwarz aus und nimmt auf G3. Jetzt nimmt er auf G3 raus. Nach Haarschlich G3 öffnet sich die H-Linie. Aber da steht jetzt kein Turm mehr. Der eventuell gefährlich werden könnte auf der H-Linie. Man wartet immer so ein bisschen. Kennt man von Londoner System bis Weiß ruchiert. Jetzt kommt eine sehr interessante Entscheidung hier von Schwarz. Er legt hier die Bauern sehr früh fest mit C4. C schlicht D4 kam auch in Betracht. Oder Läufer D7. Aber er legt es sehr früh mit C4 fest. Sichert sich Raumgewinn am Damenflügel. Gibt dem Gegner aber hier Angriffsmarken. Mit E4, B3. Und Weiß spielt sofort E4 im Zentrum. Springer, nee, nicht Springer C7. Läufer B4 greift den Springer an. Okay. Nicht Springer C7. E schlicht D5. Und das ist eine sehr interessante Stellung hier. Eigentlich könnte man hier überlegen, Läufer schlicht C3 zu spielen. Das sieht sehr logisch aus, um den Gegnern Doppelbauern zu verpassen. B, C3 und dann E, D5. Diese Struktur wäre definitiv besser für Schwarz. Springer C7. Der Läufer hat schöne Felder. Und der Läufer auf E2 ist eine Krücke. Und A5, C3, C2 sind Schach. Man könnte der Wettel-Dame A5 spielen. Also es gibt hier Ideen für Schwarz. Das Problem ist nach Läufer schlicht C3. Da war ich ein bisschen überrascht. Weiß kann hier auf E6 nehmen. Ich weiß nicht, ob die beiden das berechnet haben. Die Idee ist nach Läufer schlicht B2. Läufer schlicht C4 mit Tempo. Es droht E7 Abzug Schach mit Gewinn. Und die Stellung ist überhaupt nicht klar. Laut Engine hat hier Weiß Kompensation. Kommt dann Turm B1. Und diese starken Bauern im Zentrum geben Weiß Kompensation. Da war ich ein bisschen überrascht. Ich dachte, man spielt hier Läufer schlicht C3 nach ED5. Aber niemand spielte ED5. Nahm raus. Und jetzt muss der Springer weg von C3. Und das ist natürlich so ein bisschen dieses Problem dieser Eröffnung. Dieser Springer steht auf C3 eigentlich nicht gut die ganze Zeit. Blockiert den C-Bauern. Und jetzt geht der Springer zurück nach B1. Besser wäre gewesen, und das fand ich lehrreich, besser ist Springer B5 hier. Springer B8. Der Springer auf A6 steht auch schlecht. Deswegen wird er umgruppiert. Und jetzt A4. A6, Springer A3. Und der Springer wird... Jetzt kommt C3. Und der Springer wird über C2 nach E3 umgruppiert. Und das ist das perfekte Feld für den Springer, wo er Druck macht gegen den schwachen Bauern D5. Das ist sehr lehrreich, diese Umgruppierung. Zeigt mir natürlich Stockfisch an. Joe spielt hier Springer B1. Er sieht natürlich das Problem des Springers auf C3. Schafft sich aber ein neues Problem, denn der Springer wird jetzt über D2 umgruppiert. Die Frage ist aber, wohin? Da ist alles ein bisschen umständlich. Okay, Springer C7. Das ist ein gutes Feld für den Springer hier. C3. Läufer D6. Die schwarze Stellung wirkt hier deutlich harmonischer. Weiß kann hier mit B3 zwar das anknabbern hier auf C4, aber Schwarz kann mit B5 jederzeit seine Kette halten. A4 und ich habe immer A6. Die Kette kann nicht zerstört werden. Und das ist natürlich ein Vorteil für Schwarz. In vergleichbaren Stellungen, in denen nach B3 Schwarz gezwungen ist, zu nehmen auf B3. Dann löst sich halt die Kette auf und Weiß bekommt hier ein bewegliches Bauerngerüst mit C4-Ideen. Weiß spielt das Springer BD2. B5. Das ist logisch. Hier sollte Weiß trotzdem A4 spielen, um zumindest ein bisschen was abzutauschen. A6, dann tauschen auf A8, Springer A8. Und man hat schon mal so ein bisschen was getauscht. Der Turm auf A1, der spielt nicht mit. Und man hat ein bisschen den Raumnachteil kompensiert. Denn man muss sagen, dieses C4 hier gibt Schwarz etwas Raumvorteil. Und die weißen Figuren haben Probleme, Felder zu finden. Gerade der Läufer auf E2. Der steht natürlich nicht gut. Und den würde ich gerne irgendwie gegen diesen auf C8 tauschen. Wobei man sagen muss, die Bauern stehen alle auf Weiß. Aber besser ich tausche den Läufer ab, anstatt ihn hier auf E2 völlig unbeweglich in eigenen Stellungen drinstehen zu haben. Na gut. Weiß spielt das Springer E1. Jetzt fängt er an, so ein bisschen hier künstlich umzukopieren. Läufer E6. Auf Läufer G4 kommt F5. Also den kriegen wir eh nicht getauscht. Springer C2. Dame D7. Turm E1. Hier gibt es viele Möglichkeiten für Schwarz. Wo sind Angriffsmarken? Hier A5, B4. Das ist eine Angriffsmarke. C3. Oder hier G3 ist eine Angriffsmarke. F5, G5, F4. Attackieren. Das sind die beiden Möglichkeiten. Und Schwarz beginnt jetzt hier peu à peu auf beiden Flügeln zu spielen. A5. A3. Versucht sich hier gegenzustemmen. G6. Springer F1. H5. Also ich hätte hier instinktiv König G7 gemacht, wenn ich ehrlich bin. H5. Er breitet sich auf beiden Flügeln aus. Hat doch das Läuferpaar, was ihm dabei hilft, weil die Läufer natürlich in beide Richtungen schauen und Schwarz helfen, auf beiden Flügeln aktiv zu werden. Und Weiß schafft es in der Zwischenzeit nicht, irgendeinen sinnvollen Plan zu entwickeln. Er reagiert mehr. Dame D2. Jetzt König G7. Die Dame nicht hier reinlassen natürlich. F4. Sehr statisch. Turm A8. Läufer F3. F5. F5 weiß ich nicht, ob man ihn hätte jetzt sofort machen müssen. F5 fixiert dieses Feld E4 hier und plant Springer E8, Springer F6, Springer E4. Das fällt auf. Das ist ein schönes Feld für den Springer. Andersrum hat Weiß Probleme, einen seiner Springer, die hier total blöd stehen, hier nach E5 reinzubekommen. Wenn Weiß einen der Springer hier nach E5 reinbekäme, wäre das super. Aber die stehen halt so schlecht, dass man die nicht reinbekommt. Es gibt dieses Springer H2 hier mit der Idee Läufer E2, Springer F3, aber das funktioniert nicht wegen H4. Ne, Läufer F7. Ich habe das mal eingegeben in die Engine und es ist interessant, wie schnell mich die Engine zerstört. Läufer E2, Springer E6 und wenn ich Springer F3 spiele mit der Idee Springer E5, kommt H4. Und es gibt dieses Problem mit F4 hier und G3. Das Gerüst fällt auseinander. Springer E5 nehme ich raus, dann nehme ich auf G3 raus und das wird matt auf der H-Linie. Springer H4 dachte ich mir, aber dann kommt Turm A4, GH4, Läufer F4. Idee damit D8, damit schlicht H4 und schwarz-weiß wird matt gesetzt. Minus Lokal zeigt bei mir die Engine sogar minus 4 an. Ja, hier auch, wenn man sie ein bisschen länger rechnen lässt. Also ich kriege den Springer mit Weiß nicht da rein nach E5. Egal, was ich mache, aber man kann ja auch die Qualität opfern hier. Turm E5 und darauf wies auch in der Live-Übertragung Großmeister Chirila hin. Ich dachte jetzt gerade danach, wie wird der ausgesprochen? Ja, ich glaube so. Dass man den Turm hier reinstellt und dann den nächsten Turm da rein und klassisches Qualitätsopfer. Wenn schwarz nimmt, machen wir Turm E5 mal. Wenn schwarz nimmt, dann kommt D schlicht E5 und Weiß bekommt dieses super Feld für den Springer hier. Springer D4, Springer E3 und plötzlich stehen die Springer sehr, sehr stark. Die Stellung ist relativ geschlossen noch. Kann auch dauern, bis sie sich öffnet und deswegen sind die Tür noch nicht vollwertig für schwarz. Er muss ja eigentlich Linien öffnen für seine Tür. Aber Jo, und das ist mir übrigens aufgefallen, nicht nur in dieser Partie, sondern auch bei der Meltwater Chestnut essen. Ist ein hibbeliger kleiner Junge. Also der wackelt die ganze Zeit am Stuhl rum. Ehrlich gesagt, mich würde das ganz schön stören als Gegenspieler, als Gegner. Und er spielte eigentlich viel zu schnell. Niemand kam so langsam in Zeitnot hier, während Jo eigentlich ziemlich viel Zeit hatte. Also hier würde ich sagen nur so 30, 35 Minuten Zeit. Er spielte aber relativ schnell. Er spielte hier Turm E2, bereitet die Turmverdoppelung vor. Springer E8, Turm A E1, Läufer F7, Turm E5. Jetzt spielt er Turm E5, aber im Prinzip hat er ein Tempo verschenkt. Hätte er auch gleich spielen können. So, schwarz nimmt nicht raus auf E5. Wie gesagt, das ist nicht so gut, sofort rauszunehmen. D E5, Springer D4. Springer F6 erstmal. Erstmal dieses Feld anvisieren hier, diese Felder für den Springer. Springer E3. Und jetzt wird es spannend. Wie gesagt, niemand spielt relativ langsam, also deutlich langsamer im Vergleich zu Jo. Und hier wählt er mit H4. Das ist eine Ungenauigkeit. Besser wäre es, diesen Turm von A8 endlich mal wegzunehmen und irgendwo ins Zentrum zu stellen. D8, F8. D8 ist sehr logisch. Es gibt nämlich ein paar Probleme mit diesen Bauern auf D5 hier, auf die man aufpassen muss. H4. So, H4 ist gefährlich, greift G3 an. Man muss darauf reagieren. Dame F2 ist der beste Zug. Deck geht G3 und greift indirekt auch H4. Und hier ist es spannend geworden jetzt. Niemand war, glaube ich, so runter auf vier Minuten, fünf Minuten. Und der beste Zug hier lautet Springer H5 mit Angriff auf G3. Und F4. Hier muss Weiß den Läufer geben. Läufer H5, Turm, HG3. Zwischenzug. Dame G3, Turm H5. Und dann kommt der nächste Turm nach A8. Und es wird langsam gefährlich für Weiß. Aber es ist nicht klar. Die Dame ist jetzt aktiv auf G3. Es droht latent Springer H5 hier, wenn der König auf G7 stehen bleibt. Und der Vorteil ist hier minimal für Schwarz. Und das eher auch nur, weil die Engine das sagt. Aus menschlicher Sicht Weiß hat hier praktische Chancen. Es gibt einiges, was man berechnen muss hier. Niemand spielte allerdings nicht Springer H5, sondern H3. Und das gibt Weiß hier eine gute Chance. Und ich bin mir sicher, richtig starke Großmeister hätten das jetzt hier gespielt, was möglich ist. Wie gesagt, Joe hatte jetzt hier noch 25 Minuten Zeit und hibbelte da in seinem Stuhl mal wieder rum und spielt viel zu schnell in so einer kritischen Stellung. Ich meine, es ist ein Kandidatenzug offensichtlich, hier auf D5 zu schlagen. Der Bauer ist dreimal angegriffen und nur zweimal gedeckt. Das ist reines Abzählen. Was mich hier schon zu der Erkenntnis bringt, dass ich das berechnen muss. Aber er spielte super schnell hier Turm E2, was einfach ein dicker Fehler ist. Okay, wir schauen uns mal Springer D5 an hier, was funktioniert. Er hatte wie gesagt 25 Minuten Zeit. Das hätte er berechnen können. Okay, die Pointe ist Läufer schlicht E5. Jetzt ist der Springer dreimal angegriffen. Aber hier gibt es ja einen simplen Zwischenzug und Springer B6. Sogar ich habe das gesehen in der Live-Übertragung. Gut, ich stehe auch nicht unter Druck, wenn ich mir sowas live anschaue und bin ganz locker. Mit Gabel hier. Das heißt, die Dame muss erst mal ziehen und dann kommt D schlicht E5 mit Angriff auf den Springer und Angriff auf den Turm. Hier. Und das ist sogar besser für Weiß hier. Das war die Pointe. Schwarz muss natürlich nicht auf E5 nehmen. Nach Springer schlicht D5 muss man hier mit dem Läufer nehmen. Läufer nimmt und jetzt muss der Turm weg hier. Turm AF8 oder so. Und die Stellung ist ausgeglichen ungefähr. Weiß hat aber einen wichtigen Bauern gewonnen. Also muss gestehen, es ist ein bisschen enttäuschend, dass er hier diese Springer D5 nicht sieht oder nicht berechnet oder zu faul ist oder was auch immer. Er war nervös. Er muss nervös gewesen sein, weil er hibbelte da rum. Aber mir ist aufgefallen, dass er auch bei der Meltwater Chess Tour beim Onlinespielen vor der Kamera auch enorm viel rumhibbelt. Ist natürlich auch so ein bisschen seinem Alter geschuldet. Ich denke, da hat er noch einiges an Potenzial, um ruhiger zu werden und letztendlich auch besser. Aber ich meine, er ist 15 und ist schon Großmeister. Er war übrigens der jüngste IEM in der Geschichte, ich glaube in der Schachgeschichte oder in der Geschichte des amerikanischen Schachs. Er war also sehr, sehr früh. Er war schon ein Wunderkind. Gut, dieser Begriff ist abgedroschen inzwischen. Wir haben so viele Wunderkinder. Es ging weiter mit Turm E2, wie gesagt. So, lange Rede, kurzer Sinn. Wenig Sinn. Turm E2. Turm AD8. Er nimmt jetzt endlich den Turm von A8 weg. Dame E1. So, jetzt sprachen die Kommentatoren hier von Aljechens Gun hier und lachten und so, aber es ist komplett ungefährlich, dass er hier die Schwerfiguren auf der E-Lineale postiert. Es droht nämlich nichts. Jetzt kam Springer E4 und Schwarz hat wieder riesigen Vorteil. Und ja, jetzt hat er natürlich hier dieses Manöver Springer C7, E8, F6, E4 durchgesetzt, was er geplant hatte. Und der Springer steht natürlich bombig dort auf E4. Der muss irgendwann geschlagen werden vom Läufer hier und dann gibt Weiß aber seinen starken Läufer ab. Er war sehr stark. Und Schwarz hat hier noch einen Bauern auf E4 und klemmt irgendwie die weißen Figuren auf der E-Linie komplett ab. Das sieht übrigens ziemlich lustig aus hier mit den vielen Figuren auf der E-Linie. Okay, es geht weiter mit G4. Läufer schlägt E5. Jetzt nimmt er raus. D schlägt E5. Ja, das gibt Weiß wieder ein bisschen mehr Chancen hier. HG2. Turm G2. Turm H3 greift hier den F3. Aber wie gesagt, niemand hatte so ein bisschen Zeitnot. Und auch hier, der nächste Zug. Man merkt es, ist nochmal ein Beweis dafür, dass Weiß hier in dieser Partie überhaupt nicht seine Nerven im Griff hatte. Er hatte hier immer noch 20 Minuten Zeit und die Stellung ist nicht so super klar. Er muss hier auf E4 nehmen. Der Läufer ist angegriffen. Der Springer ist stark. Weg damit. D, E4. Und jetzt Springer D4. Und Weiß hat hier sehr, sehr starke Springer. Und in Zeitnot ist das nicht so einfach, hier für Schwarz zu verteidigen. Vor allen Dingen, es droht hier G schlägt E5. Springer F5. Durch diese Gegenüberstellung. Hier muss Schwarz schon sehr genau spielen. Also FG4 wäre jetzt der richtige Zug. Springer G4. Turm DH8 mit der Idee Turm A1. Aber hier kann man tatsächlich Dame E4 spielen. Oder Dame E2. Und es ist nicht so klar alles. Also Dame E4, Läufer D5, E6 gibt es inzwischen Zug. Das kann man... Also ein richtig starker Großmeister im 2-7er-Bereich berechnet das halt auch mit 20 Minuten nochmal. Das ist halt eine kritische Situation. Aber was macht der junge Joe hier nach Turm A3? Er spielt hier E6. Und verrechnet sich komplett. E6 ist einfach Quatsch. Stellt einen super wichtigen Bauern ein. Niemand nahm den raus. Und ja, hätte jeder von uns auch gemacht. Man muss den rausnehmen. Was sonst? Der Witz ist auch, Läufer E6 ist wirklich der absolut einzige Zug hier, der schwiebar ist. Dame E6 kommt als Springer D4. Und es ergibt keinen Sinn, dass er den Bauern geopfert hat. Vor allen Dingen, wie gesagt, mit so viel Zeit auf der Uhr. G F5, Läufer F5. Springer F5, Dame F5. Springer D4. Darauf hat er sich verlassen. Klar, Dame F4 geht nicht wegen Springer E6 Schach. Aber die Dame geht halt zurück nach F6. Das ist auch nicht so schwierig zu sehen. Wohin sonst? Läufer E4. Und das war jetzt der 40. Zug. Niemand hatte jetzt so 47 Sekunden Zeit auf der Uhr. Überlegt er halt so eine 30 Sekunden und spielte ganz locker Turm E8. Fesselt hier den Läufer. Und Schwarz steht halt total auf Gewinn. Turm G6 kommt natürlich. Dame G6, Läufer G6, Turm E1 Schach. Zwischenzug. Es gibt hier keine Züge für Weiß. Okay, es ist im Prinzip vorbei jetzt. Aber wir schauen uns noch das Ende an. F5, Turm E4, Dame F2, Turm H4 droht matt auf H1. Turm G6, es gibt hier nicht wirklich was Besseres. Gut, König E1 könnte man probieren. F1 meine ich. Okay, Turm G6, Dame G6, FG6, Turm H1, König G2, Turm 4, H2. Das ist alles sehr, sehr einfach. Schach, König G3, Turm schlicht F2, König F2, Turm H2 Schach. Gewinnt jetzt den Bauern B2. König E3, Turm B2. Und natürlich wird jetzt hier ein Freibauern geschaffen gleich. König F4 möchte hier König G5 spielen. König G6, König E5, B4, AB4, AB4, CB4, C3. Und der Bauer wird durchlaufen. B5, Turm B5, Springer B5, C2. Ja, Joe spielte auch noch bis zum Übergebühr die Partie weiter. Das war am Ende alles sehr, sehr, ziemlich trivial. Lockerer Sieg für Hans Niemann in der ersten Runde gegen den jungen Christopher Wurgin Joe bei der amerikanischen Meisterschaft. Wobei man sagen muss, die Partie war nicht besonders gut. Vom Niveau her war ich super nervös. Viel zu schnell gespielt in kritischen Situationen. Und dann kam noch ein lustiges Interview im Nachhinein. Niemand kam dann halt zum Live-Kommentator, nee, zu Cirilla in die Live-Übertragung. Die Live-Kommentatoren sind Yasa Sedavan oder Anastasia Karlovic. Die sitzen aber im Studio, während Cirilla halt in einem anderen Raum steht und auf einem großen Bildschirm die Partie erklärt. Und ja, Niemann in seiner typischen Art hat dann nichts groß zur Partie gesagt, sondern wieder halt, es hat angefangen mit My Chess speaks for itself. Und die Partie war so sinngemäß, die Partie war so schön, die muss ich gar nicht jetzt groß erläutern. Und dann ist er auch schon wieder abgehauen. Also ist schon ein bisschen bizarr, diese Art und Weise, wie er sich da gibt. Auch aus meiner Sicht ein bisschen unverständlich. Man könnte zu der Partie einiges sagen, zumal auch er gewonnen hat. Das heißt, er müsste eigentlich happy sein und sagen, ihr seht, ich kann dem Druck standhalten und bin bereit, hier mein bestes Schach zu zeigen und könnte ein bisschen was zur Partie erzählen, so wie jeder andere auch. Aber nee, wiederholt den gleichen Nonsens, den er vorher holt. Also irgendwann ist es auch ausgelutscht. Also kann mal lustig sein am Anfang, aber ich kann damit jetzt nichts anfangen und es wird immer bizarrer. Aber egal, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Werde das natürlich verfolgen. Und die Partie war jetzt nicht unbedingt im Maßstab. Joe war einfach viel zu nervös in dieser Partie, hat nicht gut gespielt. Und Niemann hat auch ein paar Ungenauigkeiten gemacht. Also es war jetzt nicht irgendwie eine Partie aus einem Guss, war jetzt auch nicht besonders schön. Ziemlich fehlerhaft sogar. Checkt auch gerne mal in anderen Kanälen aus, The Big Rig Highlights, Big Rig Shorts. Das war's für heute und wir sehen uns in Italien. Macht's gut.